Alice im Spiegelland In einer Übersetzung von Helene Scheu-Riestz Viertes Kapitel Didel-Dumm und Didel-Dai Sie standen unter einem Baum, jeder einen Arm um des anderen Hals geschlungen. Alice wußte auch nicht gleich, welcher Didel-Dumm war und welcher Didel-Dai. Der eine hatte nämlich auf seinem Kragen »Dumm« eingestickt, der andere »Dai. Wahrscheinlich steht bei beiden rückwärts Didel«, dachte sie. Sie stand still und vergaß ganz, daß sie lebendige Leute vor sich hatte. Sie wollte gerade um sie herumgehen, um nachzusehen, ob wirklich das Wort »Diedel« rückwärts auf ihrem Kragen stünde. Da wurde sie durch die Stimme des einen, der mit »Dumm« bezeichnet war, aufgeschreckt. »Wenn du glaubst, daß wir Wachsfiguren sind, dann mußt du Eintrittsgeld zahlen, Wachsfiguren darf man nicht umsonst anschauen, durchaus nicht.« »Gegenteilig«, fügte der andere, der mit »Dai« gemerkt war, hinzu. »Wenn du aber glaubst, daß wir lebendig sind, dann mußt du etwas zu uns sagen.« »Ich bitte vielmals um Verzeihung«, war alles, was Alice sagen konnte, denn die Worte des einen alten Liedes gingen ihr durch den Kopf, und sie konnte sich kaum zurückhalten, sie laut auszusprechen.« »Diedel-Dumm sagte, »Diedel-Dai, wir müssen ein Duell austragen, denn du weißt, du hast mir meine schönen Klappe zerschlagen.« Da flog eine Riesengrähe herbei, Pechschwarz und Windeschnell, da erschraken die Helden alle zwei und vergaßen ihr ganzes Duell. »Ich weiß, woran du denkst«, sagte »Diedel-Dumm, aber es ist nicht so, durchaus nicht.« »Gegenteilig«, ergänzte Didel-Dai, »wenn es so wäre, dann könnte es so sein, wenn es so wäre, dann würde es so sein, da es aber nicht so ist, ist es nicht so, das ist logisch.« »Ich habe darüber nachgedacht«, sagte Alice höflich, »welches wohl der beste Weg aus diesem Wald ist. Es wird sehr dunkel, bitte sagen Sie es mir.« Aber die dicken Männchen schauten einander bloß an und grinsten. Sie sahen Schuljungen so ähnlich, daß Alice sich nicht enthalten konnte, mit dem Finger auf »Diedel-Dumm« zu zeigen und zu sagen »der Erste.« »Durchaus nicht«, rief »Diedel-Dumm« laut und ließ den Mund wieder zusammenklappen. »Der Zweite«, sagte Alice und zeigte auf »Diedel-Dai«, obwohl sie sicher war, daß er gegenteilig ausrufen würde, und das tat er auch. Und so tanzten sie im Kreis herum, bis Diedel-Dai sagte »Lass ich plötzlich sagen, wir tanzten um den Maulbeerbusch. Ich weiß nicht, wann es anfing, aber mir war, als hätte ich schon lange, lange gesungen.« Die beiden anderen Tänzer waren sehr dick und kamen bald außer Atem. »Viermal herum ist genug«, keuchte Diedel-Dai, und dann hörten sie ebenso plötzlich zu tanzen auf, wie sie angefangen hatten. Im selben Augenblick schwieg auch die Musik. Sie ließen Alisons Hand los und schauten sie eine Weile an. Es war eine unangenehme Pause, denn Alice wußte nicht, wie man ein Gespräch mit Leuten beginnt, mit denen man gerade getanzt hat. »Jetzt kann ich doch nicht mehr guten Tag sagen«, dachte sie, »über das sind wir schon hinaus.« »Ich hoffe, Sie sind nicht sehr müde«, sagte sie endlich. »Durchaus nicht, und schönen Dank, daß du gefragt hast«, sagte Diedel dumm. »Danke tausendmal«, fügte Diedel-Dai hinzu. »Hörst du gern Gedichte aufsagen?« »Ja, ganz gern, manche Gedichte«, sagte Alice zögernd. »Wollen Sie so gut sein, mir zu sagen, welcher Weg aus diesem Wald herausführt?« »Was soll ich dir denn aufsagen?«, fragte Diedel-Dai und schaute mit großen Augen nach Diedel dumm, ohne Alicens Frage zu beantworten. »Das Walrus und der Zimmermann ist das längste«, sagte Diedel-Dai und umarmte seinen Bruder zärtlich. Diedel-Dai begann sogleich. »Die Sonne schien«, hier wagte Alice zu unterbrechen. »Wenn es sehr lang ist«, sagte sie möglichst artig, »dann sagen Sie mir doch bitte zuerst welcher Weg?« Diedel-Dai lächelte freundlich und begann wieder. »Die Sonne schien das Meer entlang, sie schien mit aller Macht und scheuerte die Wellen blank zu heller Glitzerpracht, und das war sonderbar, es war ja mitten in der Nacht.« Der Mond schien brummig, denn er fand, daß dies ein Unfug sei. »Wer braucht die dumme Sonne noch, der Tag ist ja vorbei!« »Jetzt hat sie nichts mehr hier zu tun, verdammte Bummelei!« Das Meer war über und über naß, staubtrocken war der Sand, man konnte nicht ein Wölkchen sehen, weil keins am Himmel stand, man sah kein Vöglein fliegen, weil sich keines dort befand. Das Walroß und der Zimmermann spazierten in der Nähe, sie weinten über so viel Sand und jammerten. »O weh! Wär hier nur besser ausgefegt, wie herrlich wär die See!« Wenn sieben Mägde ein halbes Jahr hier fegten Tag aus Tag ein, »Was glaubst du?« fragte das Walroß sanft, »würde der Boden rein?« Drauf schluchzte laut der Zimmermann und sprach, »ich fürchte, nein!« »Ach, Austern«, rief das Walroß aus, »kommt doch zu uns ans Land! Es plaudert sich so angenehm, lustwandelnd hier am Strand!« »Kommt! Sie sind sauber abgeputzt, gekleidet wie zum Fest, zwar ohne Füße, doch die Schuhe gebürstet auf das Best!« Vier andere dann, und wieder Vier und Viere hinterher, so kamen viele Vier zu Vier und immer mehr und mehr, so hüpften sie und schlüpften sie in Massen eilig her. Das Walroß und der Zimmermann gingen dahin am Strand und setzten sich auf einen Stein, der just erreichbar stand, und all die kleinen Austerchen umringten sie gespannt. »Nun plaudern wir«, das Walroß sprach, »und schaut sich freundlich um, von Schuhen, Schiffen, Siegellack, von Kraut und Königtum, und ob ein Wildschwein Flügel hat, und wenn es sie hat, warum? Die Austern warten, wartet doch mit dieser Plauderei, weil wir ganz außer Atem sind und wären doch so gern dabei!« »Sehr gerne«, sprach der Zimmermann, und zählte eins, zwei, drei. »Ein Stückchen Brot«, das Walroß sprach, »käm jetzt uns sehr zur Zeit, dazu ein wenig Essig auch und Pfeffer, den man streut. Und dann, ihr lieben Austerchen, bin ich zum Mahl bereit!« »Die Austern wurden bleich und blau, wie frisch poliert der Stahl, was hören wir, was hören wir plötzlich von einem Mahl? Ihr, uns, nach solcher Freundlichkeit wäre dies eine Qual!« »Welch schöne Nacht«, das Walroß sprach, »ist nicht die Aussicht nett?« »Der Zimmermann, der sprach, »diese da ist ganz besonders fett. Schneid mir noch eine Schnitte Brot, mit deinem Bayonett!« Das Walroß sagte, »eigentlich war das von uns nicht schön, wir schleppten sie so weit heraus und ließen sie so schnell sie gehen.« Der Zimmermann sprach, »gib mir noch mehr Butter, bitteschön!« »Ich bin für Euch von Mitleid voll«, das weinende Walroß spricht, »und sucht sich die größten Austern heraus, das mir das Herz fast bricht, und es hält ein großes Taschentuch vor sein Tränen nasses Gesicht.« »Ach, Austern«, sprach der Zimmermann, »der Abend war wunderbar! Ihr hattet Glück, doch jetzt wird's spät, wir gehen heim, nicht wahr?« Die Austern aber schwiegen still, weil keine mehr übrig war. »Am besten gefällt mir das Walroß«, sagte Alice, weil es die armen Austern doch ein bißchen bedauert hat. »Aber es hat trotzdem mehr von ihnen gegessen als der Zimmermann«, sagte Diddle Dey. »Weißt Du, es hat sich das Taschentuch vorgehalten, so daß der Zimmermann nicht sehen konnte, wie vieles nahm, gegenteilig.« »Das war abscheulich«, sagte Alice empört, »dann gefällt mir der Zimmermann besser, weil er nicht so viel gegessen hat, wie das Walroß.« »Er hat aber so viel gegessen, als er bekommen konnte«, sagte Diddle dumm. »Das war nun eine schwierige Frage.« Nach einer Pause fing Alice an, dann waren sie beide sehr schlechte Charaktere, hier hielt sie beunruhigt inne, denn sie hörte im nahen Walde etwas, das ihr wie das Fauchen einer großen Dampfmaschine klang. Sie fürchtete, daß es ein wildes Tier sein könnte. »Gibt es in dieser Gegend Löwen oder Tiger?« fragte sie ängstlich. »Es ist nur der schwarze König, der da schnarcht«, sagte Diddle Dey. »Komm und schau dir ihn an«, riefen die Brüder, nahmen Alice jeder bei einer Hand und führten sie vor den schlafenden König. »Ist das nicht ein entzückendes Bild?«, fragte Diddle Dey. Alice konnte nicht aufrichtig zustimmen. Der König hatte eine große Nachtmütze mit einer Quaste auf dem Kopf, lag wie eine Kugel zusammengerollt da und schnarchte laut, schnarchte sich beinahe den Kopf ab, wie Diddle dumm bemerkte. »Ich fürchte, er wird sich erkälten, wenn er da auf dem feuchten Gras liegt«, sagte Alice, die ein sehr vernünftiges kleines Mädchen war. »Er träumt wohl jetzt«, sagte Diddle Dey. »Und was glaubst du wohl, wovon er träumt?« Alice sagte. »Niemand kann das erraten.« »Nun, von dir«, rief Diddle Dey und klatschte triumphierend in die Hände. »Wenn er aufhören würde, von dir zu träumen, was glaubst du, wo du dann wärst?« »Doch wo ich jetzt bin natürlich«, sagte Alice. »Oho, nein«, sagte Diddle Dey verächtlich, »gar nirgends wärst du, du bist nur eine seiner Traumgestalten.« »Wenn dieser König da aufwachte«, fügte Diddle dumm hinzu, »dann würdest du einfach ausgehen, bumms, wie eine Kerze.« »O, durchaus nicht«, rief Alice entrüstet. »Und außerdem, wenn ich nur eine Traumgestalt bin, was sind dann Sie, möchte ich gern wissen?« »Ditto«, sagte Diddle dumm. »Ditto, Ditto«, rief Diddle Dey. Er schrie das so laut, daß Alice sagte, »Pst, Sie werden ihn noch aufwecken, wenn Sie so einen Lärm machen.« »Es hat keinen Sinn, wenn du davon redest, daß man ihn aufweckt«, sagte Diddle dumm, »da du doch nur eine seiner Traumgestalten bist. Du weißt ganz gut, daß du nicht wirklich bist.« »Ich bin wirklich«, sagte Alice und fing zu weinen an. »Durch weinen wirst du nicht ein bißchen wirklicher«, bemerkte Diddle Dey. »Da gibt es gar nichts zu weinen.« »Wenn ich nicht wirklich wäre«, sagte Alice und lachte mitten im Weinen, denn die Sache kam mir sehr komisch vor, »dann könnte ich doch nicht weinen.« »Ich hoffe, du bildest dir nicht ein, daß das wirkliche Tränen sind.« Unterbrach Diddle dumm sie sehr ärgerlich. »Ich weiß, daß Sie Unsinn reden«, dachte Alice, »es ist dumm, darüber zu weinen.« So wischte sie sich die Tränen ab und fuhr fort, so fröhlich sie konnte. »Jedenfalls wäre es gut, wenn ich aus dem Walde herauskäme, denn es wird sehr finster. Glauben Sie, daß es regnen wird?« Diddle dumm spannte einen großen Regenschirm über sich und seinen Bruder auf und schaute hinein. »Ich glaube nicht«, sagte er, »willigstens nicht unter dem Schirm, gewiß nicht.« »Aber draußen könnte es regnen.« »Es könnte, wenn es Lust hätte«, sagte Diddle Dey, »wir haben nichts dagegen, gegenteilig.« »Egoisten«, dachte Alice und wollte gerade gute Nacht sagen und sich empfehlen, als Diddle dumm unter dem Regenschirm hervorsprang und sie fest beim Handgelenk faßte. »Siehst du das?«, sagte er mit einer Stimme, die vor Leidenschaft pepte, und seine Augen wurden in einem Augenblick groß und gelb, während er mit zitternden Fingern auf einen kleinen weißen Gegenstand deutenden Baum lag. »Das ist nur eine Klapper«, sagte Alice nach sorgfältiger Untersuchung des Gegenstandes. »Nicht eine Klapperschlange«, setzte sie eilig hinzu, weil sie meinte, daß er Angst habe. »Nur eine alte Kinderklapper. Sie ist ganz zerbrochen.« »Ich wußte es«, schrie Diddle dumm und stampfte wild mit den Füßen und raufte sich die Haare. »Natürlich ist sie zerbrochen.« Hier schaute er Diddle Dey an, der sich sofort auf den Fußboden setzte und versuchte, sich unter dem Schirm zu verstecken. Alice legte die Hand auf seinen Arm und sagte beruhigend, »Sie sollten sich wegen einer alten Klapper nicht so aufregen.« »Sie ist aber nicht alt«, schrie Diddle dumm in steigendem Zorn, »Sie ist neu, ich hab sie erst gestern gekauft. Meine schöne neue Klapper«, und er brüllte geradezu. Jetzt versuchte Diddle Dey, so gut er konnte, den Regenschirm zuzumachen und sich selbst mit einzuschließen. Das sah so sonderbar aus, daß Alisons Aufmerksamkeit von seinem zornigen Bruder abgedeckte. Diedel Dey brachte es nicht zustande, und die Sache endete damit, daß er in den Regenschirm eingewickelt umfiel, so daß nur sein Kopf herausschaute. Und da lag er nun und machte den Mund und die großen Augen auf und zu. »Er schaut einem Fisch zum Verwechseln ähnlich«, dachte Alice. »Natürlich werden wir uns duellieren«, sagte Diddle dumm in etwas verächtlichem Ton. »Vermutlich«, sagte der andere Bruder mürrisch, während er aus dem Schirm herauskroch, »aber sie muß uns beim Anziehen helfen.« Die beiden Brüder gingen Hand in Hand in den Wald hinein und kamen in einer Weile zurück, die Arme mit allerlei Sachen beladen, mit Pölstern, Leintüchern, Teppichen, Tischtüchern, Wolltüchern und Schürhaken. »Hoffentlich kannst du gut Nadeln stecken und Schnüre binden«, erkundigte sich Diddle dumm. »Alle diese Dinge müssen irgendwie angelegt werden.« Alice sagte später, sie habe niemals Leute so viel Geschichten machen sehen wie diese beiden. Wie sie herumschossen, und was sie alles anlegten, und wie viel Mühe sie ihr machten mit Binden von Schnüren und Zumachen von Knöpfen. »Sie werden wirklich aussehen wie zwei Bündel alte Kleider, wenn sie fertig sind«, sagte sie sich, während sie Diddle Dey einen Polster um den Halsband um, wie er sagte, »seinen Kopf vor dem Abgerauenwerden zu schützen.« »Weißt du«, sagte er sehr ernst, »das ist eine der gefährlichen Sachen, die einem im Leben passieren können, daß einem der Kopf abgeschlagen wird.« Alice hätte bald laut aufgelacht, aber es gelang ihr rechtzeitig, es in ein Hüsteln umzuwandeln, denn sie fürchtete ihn zu beleidigen. »Schau ich sehr blaß aus?«, fragte Diddle dumm, als er kam, um sich den Helm umbinden zu lassen. Er nannte es einen Helm, obgleich es wahrhaftig mehr wie eine Bratpfanne aussah. »Ein bißchen«, sagte Alice sanft. »Gewöhnlich bin ich sehr mutig«, fuhr er leise fort, »aber heute habe ich leider Kopfschmerzen.« »Und ich habe Zahnschmerzen«, sagte Diddle Dey, der die Bemerkung gehört hatte. »Mir ist viel schlechter als dir.« »Dann sollten Sie sich heute eigentlich nicht duellieren«, sagte Alice, die eine Gelegenheit wahrnahm, Frieden zu machen. »Wir müssen uns duellieren, aber ich bestehe nicht darauf, mich lange zu duellieren«, sagte Diddle dumm. »Wie viel Uhr ist es jetzt?« Diddle Dey schaute auf seine Uhr und sagte »Halb fünf.« »Dann wollen wir uns bis sechs Uhr duellieren und nachher zum Abendessen«, erklärte Diddle dumm. »Gut«, sagte der andere, »zimmig traurig, und sie soll uns zusehen, aber du darfst nicht zu nahe kommen«, fügte er hinzu. »Gewöhnlich treffe ich alles, was ich sehen kann, wenn ich wirklich in Aufregung komme. Und ich treffe alles, was in der Nähe ist«, schrie Diddle dumm, »ob ich es sehen kann oder nicht.« Alice lachte. »Sie müssen ziemlich viele Bäume treffen«, Diddle dumm schaute mit einem zufriedenen Lächeln um sich. »Ich glaube nicht, daß hier in der Runde noch ein Baum stehen wird, wenn wir fertig sind. »Und das alles um eine Klappe?« fragte Alice, die immer noch hoffte, daß sie sich schämen würden, um eine solche Kleinigkeit zu kämpfen. »Ich hätte mir nicht so viel daraus gemacht«, sagte Diddle dumm, »wenn es nicht eine neue gewesen wäre. »Ich wollte, die Riesenkrähe käme«, dachte Alice. »Wir haben nur ein Schwert«, sagte Diddle dumm zu seinem Bruder, »aber du kannst den Schirm haben, der ist eben so scharf. Wir müssen rasch beginnen, denn es wird so dunkel wie nur möglich.« »Noch dunkler«, sagte Diddle Dey. Es wurde so plötzlich dunkel, daß Alice dachte, ein Wetter müsse kommen. »Was für eine dicke schwarze Wolke das ist, und wie schnell sie herkommt! Ich glaube, wachhaftig, sie hat Flügel!« »Es ist die Krähe«, schrie Diddle dumm angstvoll. Die beiden Brüder fingen an zu laufen und waren im nächsten Augenblick verschwunden. Alice lief ein Stück in den Wald hinein und blieb unter einem großen Baum stehen. »Hier kann sie mich nicht erwischen«, dachte sie. »Sie ist viel zu groß, um sich zwischen den Bäumen hindurch zu zwängen. Aber wenn sie nur nicht so mit den Flügeln schlagen wollte, jetzt macht sie einen ganzen Orkan im Wald. Da wird jemandem ein Tuch weggeblasen!«